Der FC Luschnow feiert am 20. September 2018 den 111. Geburtstag. Der FC wurde von Emil Brüschweiler gegründet, 1907, ein Schweizer Stückei-Fabrikant, der den Fußball aus England und den unser Spitz nach Vorarlberg gebraucht hat. Die Gründung war damals ein Gasthaus zur Sonne in Luschnow, ein ganz legendäres Lokal. Der FC hat in den letzten 111 Jahren alle Höhen und Tiefen miterlebt, war der Gründer vom FC Dornbirn, Gründer vom Fußballverband, hat eine Mannschaft gehabt mit Auswanderern in Jersey, erste Nachwuchsmannschaften 1908, 1909, damals war Nachwuchsfußball noch verbotter. Erste Fastnachtszeitung, war jahrelang dominiert in Vorarlberger Fußball, kennt aber natürlich auch die Schattenseiten, war dann in Profifußball, in Ausgleich, war fünf Jahre geraten und dann haben wir den Verein eigentlich komplett neu aufgesetzt, restrukturiert und ganz ein besonderes Augenmerk den Kinder- und Jugendlichen. Da gibt es zwei Bereiche, Nachwuchsfußball, über 250 Kinder, Mädchen und Buben, über 20 Nachwuchsmannschaften, drei Erwachsenenmannschaften, Altherren und dazu ein neues Programm namens Fußball Plus. Da geht es um die Kraft des Fußballs zum Nutzen für Bildungs- und Integrationsprojekte. Da haben wir auf A214 gestartet, Herzstück ist der FC Lernklub, da werden pro Woche 60 bis 70 Kinder, zwei bis drüben am Nachmittag, verqualifizierten Lehrern betreut und auch Sportlern anschließend betreut und sensationelle Erfolge, de facto ein Ganztagesprogramm für Kinder und Jugendliche, die den Nachmittag im Holz verbringen. Dazu gibt es Schüler-Cups, Luschenauer, Womordler und Buben spielen, es gibt Sommercamps und ganz eine neue Initiative, Kick mit, da geht es um Fußball für Mädchen, insbesondere Migrationshintergrund. Wir sind stolz, dass wir diese beiden Bereiche, Nachwuchsfußball und Fußball plus Bildungsprojekte, miteinander verbinden können. Und das kann nur der Fußball. Ja, ich diskutiere seit vielen Jahren mit dem OMA darüber, wie man Kultur und Sport verbinden kann und wie man diese Communities zueinander führen kann. Und ich bin immer ganz begeistert, dass eben gerade der Sport ein Riesenpotenzial hat, eben diese Bildungsinitiativen noch dramatischer und symbolischer und in die Welt hinauszutragen. Und da wir seit vielen Jahren miteinander darüber diskutieren und wir haben auch schon die erste Mannschaft mal eingeladen in das Landestheater zu King Lear, um Shakespeare anzuschauen. Und das waren eigentlich so die ersten Momente, wo wir gemerkt haben, dass es da unglaublich spannend ist, wenn man eben auch Kultur mit Sport verbindet. Und ja, jetzt zu diesem Jubiläum wollten wir etwas Besonderes machen und dann haben wir überlegt und dann bin ich zum Roland gegangen und dann haben wir überlegt, was wir machen können. Und dieser berühmte Fußballschuh, der war uns zu einfach und wir wollten eben da viel mehr Emotionen hineintragen und eine Körperlichkeit und den Originalfuß abbilden. Und ja, so sind wir draufgekommen, dass wir dann diese Stollen direkt in den Fuß, in den Originalfuß hineingedreht haben. Und der Roland hat dann auch das Ganze modelliert. Also es ist kein Abguss eben, dieser Fuß, sondern er hat das modelliert. Und jetzt haben wir eben diese 111 Porzellinstücke, die wir am Samstag im Online-Shop, ab Samstag im Online-Shop verkaufen wollen. Also die Idee mit dem Stollenfuß ist eigentlich so in Zusammenarbeit mit dem Marco Spitzer entstanden. Aber wie gesagt, so der übliche Fußballschuh, der hätte ja vor 2017 sehen können und so was, der ist nächstes Jahr schon wieder out. Was bleibt, ist natürlich der Badefuß, der Barfuß, Fuß. Und da muss einfach mehr Emotion hinein. Und da haben wir gesehen, da werden die Stoppeln direkt montiert. Das ist quasi so der persönliche Einsatz, den jeder Fußballer bringt. Und durch das entsteht eigentlich auch die Verbindung zwischen Kunst und Fußball. Die Arbeit auf deiner Füße ist natürlich immer spannend. So wie bei jeder Skulptur gibt es bestimmte Herausforderungen. Wie kann man die Abgüsse machen, wie muss die Negativform ausschauen. Wie fein schläft man die Oberfläche und so. Und das ist eigentlich immer spannend. Es gibt eigentlich keinen bestimmten Fuß als Vorlage in so einer Durchschnittsschuhgröße von 43 in Halbknoe. Und wichtig war für mich eigentlich, dass er in zwei Positionen funktioniert. Also einmal in der Bewegung selber, der Stotter Suf. Funktioniert aber genauso gut, wenn er eigentlich liegt. Und ja, ich freue mich schon auf die Bronzegüsse. Das gibt es in einer Auflage von elf Stück. Also die werden alle einzeln gegossen. So wie die Porzellinfüße eigentlich auch von uns beiden signiert und nummeriert. Ja, wir haben uns was ganz Besonderes überlegt. Dass man die Schuhe, wenn man sie kauft, wenn man sie dann im Online-Shop gekauft hat, dass man sie persönlich überreicht bekommt. Und diejenigen, die die Füße kaufen, den Stollenfuß kaufen, sind natürlich gleichzeitig herzlich eingeladen zum Event. Und da werden alle ordnungsgemäß überreicht. Und wir hoffen natürlich, dass wir alle verkaufen werden. Am 9.11. steigt der Event im SEI-Zentrum in Lustenau. Und da machen wir eine tolle Feier und werden alle persönlich überreicht. Und mit dem Geld, das wir da erlösen, geht komplett zu 100 Prozent in die Nachwuchsförderung. Und diese Bildungs- und Integrationsprojekte. Damit zahlen wir Lehrer, Materialien, können Stipendien an Kindervergehren und Anschaffungen machen für Kinder und Jugendliche.